Musik Da ist ein richtiger Riss durch den ganzen Verein gegangen. Ja, der geht schon immer noch durch. Also ich sag jetzt mal, diese Probleme sind immer noch nicht ganz beseitigt. Projekt, was muss ich tun, damit es meinem Verein besser geht? Hat der Verein nichts Besseres zu tun? Die Frage ist, wie du dir eigentlich die Zukunft von 60 im Stadion siehst? Wir haben so viel für den Verein, ich wollte in zehn Jahren eine Viel-Rente gehen. Ob man den Schwarzen Freitag hätte verhindern können oder auch nicht. Wenn beide Seiten gewirkt hätten, ja. Dass immer 60, wenn es 60 schlecht geht, kommt immer der Ruf nach den starken Männern. Ich unterstütze dich, wenn du einen Sponsor suchst in China. Die Personen sind andere, aber das müssen sie machen. Wenn der Bier aufkommt, könnte lang bleiben. Dann hat er durchgeblickt. Ich weiß, es ist ein Zeitpunkt für ein Veränder, ein Unium-Love. Und es geht weiter und weiter und weiter. Und es geht weiter und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Untertitelung des ZDF, 2020